Hilf mir, hier rauszukommen, Hedwig. Hol mir die Schlüssel und lass mich zur Tür raus. Bitte. Miss Patricia sagt, niemand macht sich mehr lustig über mich, wenn die Bestie kommt. Sie sagt, dann sehen alle, wie unglaublich ich bin. Und dann sind all die dummen Fehler egal. Die zählen dann nicht mehr. Ich bring dich jetzt wieder in dein Zimmer. Hey, warte! Ich will deine Kanye West-Time hören. Zeig mir dein Zimmer. Lass uns noch hierbleiben. Es tut mir leid, dass ich weg wollte. Sonst, ich kann nicht. Du wolltest mir doch was cooles zeigen, oder? Nein. Zeig mir was. Ich will aber nicht. Bitte. Das! Wow. Das ist schön. Ist kein Spielzeug. Ist das echt? Ja. Es gehört Mr. Dennis. Er weiß nicht mal, wer es geklaut hat. Ziemlich cool, oder? Man kann Leute belauschen und die wissen nicht mal, dass man zuhört. Wer redet denn da? Nicht dran drehen! Ich wollte nur sehen, ob es funktioniert. Hey! Hey, was machst du da? Nicht die Knöpfe anfassen. Du verrät es uns noch. Ja, Horstor hier. Was gibt's? Fickse. Was gibt's? Fickse. Hallo? Ich hau dich! Fickse. Hallo! Hallo! Mein Name ist Casey. Ich bin in einen Keller eingesperrt. Ich und zwei andere Mädchen. Wer zum Teufel ist da? Nein! Hallo? Casey! Guck! Ich wurde entführt. Bitte suchen Sie nach mir. Betty, bist du das? Das ist nicht witzig. Rufen Sie die Polizei! Ich muss ganz in der Nähe sein. Ich werde in einem Keller oder sowas festgehalten. Okay, Betty, hör zu. Sag Larry und Fisch einen schönen Gruß. Sag ihm, ich hab noch seine orangenen Kopfhörer. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ein Mann ist hier. Er hat mich entführt und er will mich umbringen. Ich hab höchstens noch ein paar Stunden. Bitte. Ich flehe Sie an. Jemand muss uns retten. Warte, Will ist da? Und wie kommst du an der Walkie-Talkie? Ja. Und wie kommst du an der Walkie-Talkie?